Was geht ab bei euch auf der Erde? Terafox hier gesendet von der Erde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonic-Fangame von Emerald Squad und zwar das Spiel... Oh, hier sind wir jetzt mal in Windows. Man sieht Windows. Okay, nochmal. Fullscreen, Windows, Fullscreen, jetzt geht's. So, Epic Games, auch hier, weg damit. Das ist ein neues Sonic-Fangame mit dem Namen Sonic Blaster von Emerald Squad und es ist ein Sonic-First-Bersonshooter, ja, es gibt sie jetzt endlich, ja. Ja, ich wünsche mir so einen Sonic-Battle-Form mit Sonic-Charakteren, das wäre geil. Wo man jetzt Shadow spielen kann oder Sonic und Gun gegen das Eggman Empire spielt, also Roboter gegen die Regierung, das wäre ein geiles Sonic-Fangame, aber... Ja, ich habe kein Geld dafür, um das zu entwickeln. Aber wir haben jetzt hier Sonic Blaster, das ist jetzt auch ein Sonic-Sonic-Fangame. Schon über ein Jahr alt und so, das ist schwierig zu finden, ich habe es auf YouTube entdeckt. Und, ähm, ja, der Link steht in der Videobeschreibung zum YouTube-Video, wo man sie runterladen kann. Und wir spielen das jetzt an und man sieht jetzt hier, Green Health Zone, animate all enemies. Ich habe keinen Ringe sammeln, aber ich weiß nicht, was die bringen sollen. Wow, jetzt bin ich schon abgeschossen. Und die Waffe hier, aber kann sogar das Visier benutzen, sehr geil, ne? Also, wir haben jetzt so eine Blaster-Waffe. Und, äh, sprung, 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 so. Äh, sprung, 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 ja. So, geht rauf, geht rauf. Okay, man muss springen, man muss springen, damit... Geht rauf, geht doch. Und ich auch nicht, so. Das war jetzt... Boah, jetzt haben wir sogar Schaden erlitten durch diesen blöden Bumper, ey. Ich glaube, ey. Ja. So, das gibt Gesundheit. Und, ähm... Ja, es gibt noch andere Waffen im Spiel, aber ich finde die gerade nicht. Da außen werden wir hier gerade abgeknallt. Oh! Stierab! Ha, ha, ha! Erledigt! Oh nein, eins kommt wieder! Oh nein! Leben, leben! Oh! Hä? Ich hatte Leben gehabt! Der war noch nicht mal ganz... Ich hab sogar Leben aufgesammelt. Das habt ihr noch gesehen? Ich bin trotzdem gestorben, oder was? Boah! Operation geglückt, war es ja ein Tod, irgendwie. Also, nochmal. Nochmal! So! Hier! Mit Schiff sprintet man, dann ist man etwas schneller, aber... Man kann trotzdem nicht richtig ausweichen. So! Wo, 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 wo! Visier, Visier, Visier! Ja! Ja! Krieg mich doch, krieg mich doch! Dann bunnyhoppen! Bunnyhoppen! Bunnyhoppen ist immer gut! Funktioniert's? Nein, ey! Ey, ich bunnyhoppe doch! Wie kann der so gut treffen? Nein! Das ist Sonic Borea! Nein! Das ist Sonic Borea! Ja! Der Typ hat uns gekillt. Oh, hier gibt es Ringe. Oh, neue Waffe. Shotgun. Oh, das ist ein Shotgun. Man sieht es. Boom, boom. Bam. Hey, mit einem Schuss kann man die ertöten. Das ist egal. Ist das ein... Wow. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Stirb. Wo sind die alle? Oben ist das ein Mini-Maper, aber die funktioniert nicht. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, braucht man ein Leben. So. Sprit einen Arm. Man kann auch gedrucken. Ohh. Super Pistole wechseln. So. Weg dann nicht. Da gehen wir mal taktisch ran. Sneaky, 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 sneaky... Deckung. Deckung. Aber ich kann natürlich nicht über die Deckung schießen. Scheiße! Scheiße! Oh, ihr habt ihr Leben bekommen. Oh, ihr habt ihr noch ihr Leben bekommen. Scheiße! Was muss ich hier machen? Drauf springen oder was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Das steht nah, dass ich hier aber habe. Ich bin ja überall hier. Ich bin überall hier. Oh, meine Güte. Boah. Wow. Ja, nein! 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 Oh! Okay. Einmal noch. Das Spiel bockt jetzt in der Shotgun. So, also das Typen hier sind entlegen mit der Pistole. Wir sprinten jetzt mal. Die treffen so gut an die Aim-Bot oder was? Die haben an. Na, wir müssen Roboter. Aber trotzdem müssen die doch kein Aim-Bot haben. Schon wieder haben wir Leben aufgesammelt. Wir sind trotzdem gestorben. Unglaublich, ey. Mal. Einmal noch. Weg damit. Die fiel aus an in diesem Map. Eins von 42. Feinste Hinten, Kärbel, nochmal in den Green Hill. Okay. Das sieht nicht schön aus. 42 Gegner müssen wir erledigen. Wir haben so eine Waffe, die so schnell überhitzt. Die überhitzt so schnell. Ich hätte gerne mal eine HK, Hector & Koch, MP5 oder sowas da. Die überhitzt nicht so schnell. So, wo gibt es jetzt hier diese Shotgun? Wo haben wir die Shotgun? Wow. Da kommen die von überall an den Seiten, kommen die angelaufen. Ah, da sind noch mehr Gegner. Scheiße, 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 Scheiße. Ah. Ah. Boah. Also ich spiele seit Jahren im Battlefield, Jahrzehnte sogar. Sondern seit zwei Counter-Strike, aber das hier ist wirklich ein ziemlich schweres Spiel. Ich weiß gar nicht was man machen soll, aus der Entfernung glaube ich schon schießen, aber es ist so langweilig aus der Entfernung zu schießen, vor allem wenn man die Shotgun hat. Vor allem wo gibt's die Shotgun überhaupt? Wo gibt's die jetzt? Zu holen. Die ist wie so ein Vieh, so ein Glaube hier ey. Ah, das kommt wieder so ein blödes. Wahhh, ein Viehküche ey! Wahhh! Unglaublich ey! Wahhh! Das will ich's wissen ey. Das ist ja unglaublich, das macht total aggressiv dieses Killerspiel hier. Das macht total aggressiv. Ah, der Muskel ist verboten ey. Wahhh! Nein! Ja hier ist die Shotgun, hier ne? Hier hinter! Shotgun! Boom! Sack! Doppelläufige Schrotflinte! Bam! 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 Da haben wir zwei im Kleiste geschießen. Hm. Das sieht nicht so gut aus. Den könnten wir sogar überledigen. Das war einfach so überledigen der Gegner. Der einfach nur rum stand. Boah! Die schießen auch sofort zurück ey. Okay. Das wird gar nicht. Die Entfernung geht nicht. So. Jetzt habe ich hier ne Menge Leben. So. 8 haben wir schon. 8 von uns hier. 2. 2. 9 haben wir geschafft. Die Waffe überhitzt viel zu schnell. Diese Waffe überhitzt viel zu schnell. Schau dich das mal an ey. Boy! Stirb! Geht doch. Mit 1 und 2 kommen die auch raus. Wählen oder was? Ja. Ah! Nackes Plush. So. Oh! Was ist hier mit? Vorne drauf springen? Nein kann man nicht. Und laupt ey. Warum steht das da? Herum. Warum steht das da herum? Warum steht das da herum? Oh! Oh! So. Weine wieder. Stirb! 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 Ha! Geht doch. Der Shotgun. Der Scouts Shotgun. Weil jetzt müssen wir hier drauf springen. So. Leben. Bam! Bam! Knuckles. Hallo. Hier stehen so komische Statuen immer herum. Das sind aber nur Ziere wie es aussieht. Ah! Stirb! Geht doch. So. Wo geht's lang? Hier geht's runter. Hier geht's hoch. Okay. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass die mehr zu groß ist. Man weiß ja gar nicht wo man denn lang muss. Man muss man drüber springen glaub ich. So. Ah! 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 Okay. So weit sind wir noch nicht gefangen. Das ist schon mal gut. Nach 10 Minuten sollte das doch immer klappen. Wow! Oh! Hier sind so viele, ey. Okay. Boah! Das geht toll auf die Mittelfinger, ey. Hehehe. Dame hier. Weil man immer... ... zur Waffe wechseln muss mit dem Mausrad. Wow! Das ist Donado! Das ist Donado! Wow! Das ist ein Gegner. So viele sogar. Da ist Tails. Und sie sind da hinten rumfliegen. Ist das Plastic Tails? Ich schau mal den Knuckles an. Hehehe. Das ist Plastic Knuckles. Das ist Plastic Knuckles. Hier ist auch ein Tails. Nee, ist kein Plastic. Tails ist... ist in Ordnung. Tails. Kopfschuss, Kopfschuss. Ich verschnitte mal. Ich kann mal Tails zum Kopfschuss verpassen. Hahaha. Hahaha. Ahhhh. Ist okay. So weiter. Dann. Ja. Wow. Da. Ahhhh. Ahhhh. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr rum. Ich weiß gar nicht mehr rum. Flugzeug hat keinen Propeller, schau wir das mal an. So, jetzt können wir wegfliegen, ey. Ich hab keine Ahnung, wo es hier lang geht, hier. Wo geht's lang? Hier ist ein Ring. Wir sind hier hochgekommen. Hier geht's runter ins Wasser. Hier sehen wir das Ampli von Sonic. Ob wir das jetzt auch nicht ansehen, wir wollen jetzt viel weiter. So, noch 10 Gegner übrig und haben wieder das Spiel durchgespielt. Bis auf den Kerl zum Beispiel, den müssen wir auch noch suchen hier. Ich sprinte mal, wir sind ja hier in einem Sonic-Fan-Game, also können wir auch schnell rennen hier, ne? So, wow. Hm, da ist ein Gegner. Sogar Bullet Drop, wenn man hier sehen kann. Shotgun jedenfalls, auch mal hier, Bullet Drop. Das ist, da ist ein Gegner. Oh, nee. Pizza Jetpack, optional. Okay, können wir ne Jetpack benutzen. Jetzt haben wir in den Kontrollen, in den Einstellungen gesehen. dass es hier ein jetpack gibt. Wir gehen mal hin, vielleicht ist es da, aber ich seh den jetpack. Es sind so einige Gegner, aber wir müssen hier doch so erlegen. Jetpack! Wohohoho! Scheiße sind tot! Nein doch nicht! Wir sind nicht tot! Wir leben! Wir leben! Staying alive! Staying alive! Staying alive! So! Ist hier das Ende? Natürlich nicht, das wäre auch zu schön wahr zu sehen. Aber wir haben das jetpack. Das ist total Schwachsinn, wie man sehen kann hier. Man fliegt ein bisschen hoch und dann stirbt man. Man landet irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Das jetpack ist ein nettes Gimmick, aber es ist sehr sinnlos. Das sind hier. Der Tailstore. Oh mein Gott, das ist ja gruselig hier. So, wo geht's lang? 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 Genau drei Gegner müssen wir erledigen. Dann haben wir das Spiel durchgespielt und den Kerl zu wollen. Da haben wir gewonnen. Okay. Das ist nicht Call of Duty. Bei Call of Duty wüsste man, wo man lang geht. Da ist ja so eine Schlucht oder so. Da ist ja so eine Straße, die man dann lang geht, weil die Gegner aufgetötet ist. Das ist ja sehr langweilig. Nicht so wie hier. Nicht so wie hier! Wo? Wo? Was runtergefallen? Nicht so wie hier, wo hier die ganze Map... Wie sieht die aus? Irgendwie eine Mini-Map? Ja, da oben. Da sind Punkte. Ich glaub, die nehmen wir. Bei folgenden Punkten einfach. Geht ja auch. Aber den sehe ich jetzt erst gerade so richtig. Was da? Wow! Wow! Ja, okay. Mit der Mini-Map oben. Guck mal. Wow! Wir haben es geschafft! Das habe ich nicht geglaubt. Wow! Wow! Ich dachte schon, das schaffe ich nicht, weil das so schwer ist. Weil anscheinend geht es. Okay. So, 15 Minuten haben wir es endlich durchgespielt. Stage complete sehen wir hier. Und dann gehen wir auf Menü. Da haben wir die coole Mucke. Der Jetpack ist ein neues... Man kann auch pausieren mit H und P. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Probier ihn noch aus. T. Shadow. Oh ja, man kann hier sogar. Framerate-Contact. Kontrollshow. Ständig Framerates. So rechts und unten links stehen die Framerates. Ja, okay. Also, danke für's Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Das war jetzt Sonic Blasted. Das Sonic for Chaos Person Game. Ja. Laut. Im Trailer wurde es innerhalb von 24 Stunden entwickelt. Auch nicht schlecht gemacht. Innerhalb von einem Tag, das es hier zu entwickeln. Wir haben es durchgespielt. Wir wissen, wie es geht. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Wir haben uns genommen. Daumen hoch für euch bis zu gucken. Und ja, wer kommt jetzt. Und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal. Tschüss heute. Tschau. Tschüss. Und hier kommt ein Daumen hoch. Tschüss.